Du lebst dein Leben. Du kommst heute Abend ohne Umwege nach Hause. Unauffällig, normal. Du kennst deine Mom, sie ist manchmal so. Aber du kannst dich nicht ewig vor der Wahrheit verstecken. Lass uns da rein gehen. Clary, was hast du? Hast du das nicht gesehen? Was ist da? Wieso kann nur ich dich sehen? Du bist keine Mundi. Was ist eine Mundi? Jemand aus der Menschenwelt. Und was bin ich dann? Das würdest du mir nicht glauben. Mom, ich bin gleich da. Nein, nein, das geht nicht. Hörst du? Du darfst auf keinen Fall hierher kommen. Mom! Mom? Länger als ein Drittel meines Lebens töte ich Dämonen. Oh nein. Du hast zwei Polizisten getötet. Das waren keine Polizisten. Dämonen gibt's überall. In den unterschiedlichsten Gestalten. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit meiner Mutter zu tun? Deine Mutter war eine Schattenjägerin. So wie er. So wie du. Du hast eine Karte in deinem Kopf, Clary. Du bist der Schlüssel zu unserem Überleben. Was willst du mit ihr? Sie ist anders. Sie wird uns alle umbringen. Was jetzt? Wir brauchen ein paar Sachen. Clary, wow. Du hast dich verändert. Ich, ich hab jetzt keine Zeit. Entschuldige. Wir werden die Welt kontrollieren. Es geht um mehr als uns. Die Menschheit steht unmittelbar vor ihrer Vernichtung. Jace glaubt, er müsse die Welt retten. Es sind viel zu viele. Das bedeutet nicht, dass du ihn ermutigen solltest. Hab ein bisschen Vertrauen. Du hast eine unglaubliche Gabel. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Die Wehrwölfe kommen uns zu Hilfe. Tja, wer hätte das gedacht? Chroniken der Unterwelt. Demnächst im Kino.